Viermal Deutschland, zwei Mal Italien, umgekehrt in dem A-Final WEN 16 plus. Es ist da richtig übertrieben geworden von Italien und Deutschland. Wir sind hier in der GES auf den ersten Platz gewischt. Wir vergleichen uns 310-Bettig. Ja genau, Fabian Otto aus Deutschland, der aktuell umgekehrt. Die Stadt ist in der ersten Platz. Die Stadt ist in der ersten Platz. Das ist in der ersten Platz. Und wir haben noch zwei, 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 drei, zwei. Das ist die Mann, der hat noch zwei, 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 zwei. Die Leute auf den Drittenplatz. Podium. Du weißt ja, die Leute.